Hallo meine Bulli! Ich hab schon angefangen, fickt euch. Herzlich Willkommen... LOL. Nein! Oh, jetzt hab ich schon 2 Strokes gemacht. Einfach nur, weil meine Maus gerade gezackt hat. Willkommen zurück zu Golf with Friends. Ja, meine Maus hat gerade beim Bein... Ja, 5 Strings. Das ist doch mal heiß. Meine Maus ist gerade richtig am Abscheissen gewesen. Und ich war einfach unter ihm und hab ihn weggekickt. Aus dem Loch raus quasi. Oh, das ist lustig. LOL. Nein! Ich bin direkt reingeflogen, ohne den Boden zu berühren nach dem ersten Sprung. Lässig. Pa, Mann. Nein! Ungefähr so, wenn du das reingegangen hast. Und ich hab die Zeit hier wirklich geholfen. Mann, ich hätte auch einen Rollenball gehabt. Ich bin schon wieder abgeschlagen. Das ist schon wieder lächerlich. Man sieht jetzt schon, wie der Boss ist. Ja, ich bin der Boss. Allerdings hab ich gerade... Leckt das bei euch auch? Ja, am Anfang hat's ganz kurz geleckt. Oh nein. LOL. Übrigens, meine Freunde, die hier gerade zusehen... Johnny hat Kollision angemacht. War ein geiler Typ. Ja, genau. Wir haben einen... Genau, das können wir ja mal erzählen. Wir haben einen neuen Perk eingekleid gestaltet. Nein, Spaß. Wir haben einen neuen... Zusatz. Hast du zu? Alter, Maul. Alter, Maul. Alter, Maul. Ich bin einfach der geilste. Ich hab den längsten. Echt? Mir fällt hier alles vom Till Schilfe. Da kann ich dir nicht helfen, weil... Jo, lol. Wieso bin ich den verhaut? Oh, Johnny hat einfach... So und zwei. Marvin. Oh, Mann, das ist nicht dran. Mann, warum hab ich denn eine hohe CPU-Auslastung? Jetzt waren mich doch nicht immer davor, Mann. Achtung, dann kürze ich es für dich gleich. Der ist echt so. Was soll das? Hole in one, meine Freunde! Halt die Schnauze. Ich weiß nicht, wie ihr das macht auf der Mac. Es geht immer nicht. Es läuft nix, was sonst nicht auch läuft. Warum hab ich eine hohe CPU-Auslastung, Mann? Ja, das hab ich ja auch. Allerdings jetzt Arbeitssprecher und CPU. Und dann hab ich immer neu gestartet. War weg. So, zwei. Ach, easy. Na, du bist ein Puffer-Kackse noch. Ich spür das. Jetzt reißt er wieder die Fresse auf, ne? Hole in one. Hast du's gesehen, Kersten? Hast du's grad noch gesehen? Ja, nee, hab ich nicht mehr. Ah! Lass mich in Ruhe! Das ist mir auch schon passiert. Marvin. Da stießt mir immer weg, Alter. Oh, Johnny. Johnny, das war jetzt nicht gut. Boi. Du bist echt untalentiert. Junge. Und damit meine ich nicht, dass alle, die jetzt hier zur 2 geschafft haben, untalentiert sind, sind sie spezialisiert. Aber nur auf dich. Nein! Ey, ist witzig, ne? Nein! Voll auf der Kante, Junge. Das war untalentiert. Oh, fuck. Pass auf, Skill. Nein, ich hoffe nicht. Nein, Skill ist noch nicht. Dieses Game pisst mich nur noch an. In 3, Mann. In 3, Mann. Das geht so an. Ja, aber das hat Johnny jetzt überall gebraucht, damit haben wir wieder ein bisschen unser Feld reinrückt. Alter, der ruckelt bei mir so krass gerade, ne? So, schon besser. Ne, zu lag-mäßig? Ne, Frame-Drops. Technisch, glaube ich. Ich hab so ein bisschen lag-mäßig jetzt inzwischen. Ach, schon wieder nicht. Das geht gar nicht. Oh, wasche. Hallo, Marvin. Reicht. Was? Okay, Dragon. Ich muss mal kurz links was kommen. Das ist wach bei mir total. Ich seh nichts. Oh. Du siehst nicht. Ich seh, ich hab nix gesehen. Ja, wegen der Bocke, die die dreht, oder was? Oh, Marvin. Okay, Han, ist abgeschlagen. Guckt euch das mal an die Kacke. Ich weiß jetzt, warum das so hart leckt. Na? Die Golf for Friends nehme ich gerade mit 60 FPS auf. Das findet das Spiel nicht so lustig. Sind das Spiel nicht so lustig, oder das findet dein PC nicht so lustig? Ne, was ist so. So, da bin ich wieder zurück. Ich musste kurz einen kleinen Cut machen. Ach, schau, Johnny. Wir sind aber... Oh, fuck. Das war jetzt richtig Kacke. Ja, Johnny. Ach, Mann, Johnny. Hast du gedacht. Hast du gedacht. So, ich hab jetzt 30 FPS und nicht mehr Dings und dann geht das Spiel auch wieder vernünftig. Das ist doch schön. Ja. Ersten, bei dem läuft einfach so, gell? Selbst Golf for Friends läuft bei dem nicht. Doch, bei meinem PC läuft relativ viel. Du musst darauf bedenken... Lol, der hat mich da gerade angeschockert. Du musst bedenken, dass ich auch nebenbei aufnehme. Das braucht krass viele Ressourcen. Ich sollte mich vielleicht mal schlau machen, wie ich mein CPU boosten kann. Was? Haha. Wie geil. 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 Ich schon gar nichts. Nein. Nee, Mann. Hallo. Haha. Da wolltest du mich noch treffen, Lennart? Was? Nein. Du bist doch auf mich zugeschossen. Ich w- ich w- ich wollte mich nicht einmal ... Kollision, Mann, alles klar. Ey, wieso? Ist doch gar nichts passiert. Jetzt ist was passiert. Doch Marvin hat mich getroffen, wegen dir. Sah jedenfalls bei mir so aus. Junge, Johnny ist jetzt erst beim zweiten Strike und hat sich so lange gezeigt gelassen, Mann. Ja, ich hab den weggeraubt, der wegkriegt. Ich hab ja drei gebraucht, weil Kerl ist und ich dachte, schließe ich jetzt mal weg. Das war wichtig, weil du bist vor mir und zwar um fünf Punkte. Ach, ich sei bei der von... Ah, ich kenn diesen Modus hier. Das ist der Golf-Modus. Golf & Friends. Golf & Friends ist der Golf-Modus? Golf-Modus? Eigentlich nicht mit gerechnet, der. Was? Ich hab rübergeschossen. Oh fuck. Wusste ich gar nicht, lass den mal zocken, ne? LOL, fick dich Lennox. Kennt ihr schon den King of the Hillen-Modus? Was, Alter. Was? Ja, Johnny, danke. Okay, das wird mich jetzt ein paar Zuge kosten. Alter. Oh lol. Ich hab's schon wieder gemacht. Johnny, ich hab ihn weggeraubt, schade. Ich hab manchmal einfach zu wenig Power drauf. Das heißt, letzter kann ich schon mal nicht werden, das ist gut. Guck mal, hättest du hier ein richtiges Waze gesehen von Kirsten und Marvin? Boah, weiß ich nicht, was ich hier habe. So, jetzt hab er rein da. Nein! Also, um eins, ne, warte, wir saufen um halb drei vor. Oh man, man. Okay, Johnny, was redest du jetzt mit Saufen? Ich hab mich so um zwei da. Was, Johnny, was sagst du da? Alkohol, ekelhaft. Trinkt keiner von uns. Man muss ja ekelhaft. Bei Sparkasse, ja, klar, völlig. Der Wichser. Das war, das war ein schwarzer Wal, ich weiß, wer das ist. Wer war das? Sparkasse, saufen, Alter. Ja, wenn das der Fidial, Alter, wüsste, ne? Wenn das der Fidial, Alter, wüsste. Das wär ziemlich scheiße, wa? Dass ihr Wasser vor Sparkasse trinkt. Wasser, Alter. Alles klar. Ja, die sind. Nein, zu niedrig. Ja, solange ich dir die ganze Zeit den Scheiß-Cola-Korn ausgeben muss. Fabi. Ich glaube auch, was. Solange ich dir die ganze Zeit den Scheiß-Cola-Korn ausgeben muss. Oder Fanta-Korn oder was für eine Pisse du sollst. Albatross, Junge! Albatross, ich hab auch mal Albatross gemacht, du. Ach, ne, Ushii hat drei gebraucht. Ja, ich hab einmal verkackt. Alles klar. Zwei Mal, ich hätte mit Vollgas draufgehen müssen. Das wusste ich nicht. Man, ich hab schon wieder so wenig Glück, man. Oh fuck. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Erstmal weg. Danke, Johnny. Jo, bis dahin. Ciao. Jo, bis dahin. Jo, bis dahin. Es tut mir leid, meine Buschis. Ich würde an deiner Stelle dich machen. Gehst du heute noch saufen, Joey? Ja, normal gehe ich heute noch saufen. Milchtrinken geht doch. Soinst du auch? Das ist ja wohl morgen. Milchtrinken, wir sind YouTuber. Hallo, Milchtrinken. Schnauzig sauf. Was? Wie, Mann. Wieso trägst du den haben? Ey. Ja, Milch ist voll geil. Du kannst so weit kommen, ich geb dir ein bisschen was von meinem Schokoeiweiß ab, Alter. Geh mir Milch rein, Alter. Ich hab vorhin einen Protein-Biegel gesehen. Warum? Hab gesehen? Gesehen oder gegessen? Du warst zu magersüchtig, um den noch zu essen, ne? Ich hab vorhin einen Protein-Riegel gesehen, aber ich hab mich nicht getraut, ihn zu essen. Ich brauch keine Protein-Riegel. Kerstin dachte sich, aber das trainiert oder nicht? Das war gut, meine Freundin. Das war gut. Zwei Strokes. Kerstin tut mir, dass ich gedisst hab. Nein, was? Oh, Kerstin! Oh! Kommt nicht an, der kommt nicht an. Leute, das war's. Ja, Mann! Oh, Lennox. Ja, das macht nichts, Leute. Ich bin einfach ein Animal-Eierer. Ich komm sonst vorbei. Ja, er ist ja auch der Erste. Er braucht das. Junge, ihr seid schon wieder 10 vor mir. Was ist da los? Raudi, Alter. Raudi hier. Du kleiner Wechsel! Junge, ich komm vorbei, Digga. Lennox, diesen Baumstamm ritt direkt geradeaus vor dir. Ja, echt mal, Lennox. Volle Power. Rechte Kante. Ja, kommt das hier. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, wenn man nichts kann, kommt dann das, ja. Nee, ich kann ja alles. Ich bin der Beste. Ja, genau. Johnny, Johnny, du weißt es genau. Alles klar. Lass das Trauchen wieder bei Johnny. Egal, wie oft du sagst. Du weißt genau. So macht man das. Ich hab euch letztendlich nur verarscht. Das sieht man ja. Bei dem Plan. Ja, wenn es das witzige ist, bin ich trotzdem noch Zweiter. Spuck auf euch. Oh, fuck. Nein, Mann. Okay. Nein, bleib stehen. Bleib, 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 nein. Ja, ich bin auch weg, Alter. Nein, tschüss. HALT! HALT! Ah, fuck. HALT! HALT! Ah, fuck dich! Ich bin so weit weg jetzt, Alter. Waaah! Ich hasse diese Map hier. N3. Diese Map ist einfach 80. Jawoll, wird der Out of Storm slattert. Hab ich dich? Ey, wieso? Ich hab doch erst zwei. Jetzt beleg ich echt gut, Dank Marvin. Wie ein bisschen stolz. Ich bin kacke. Halt's Maul. Ja, ich bin wieder am Anfang. Oh, Marvin. Oh, Marvin. Oh, wo bleibt er denn liegen? Oh, du hast ne Scheiß-Pose. Das ist witzig, wenn ich einfach nur mal diese Map auswärtig lernen würde. Er ist so. Marvin ist so krass am Ruckern bei mir, ne? Weil's, glaub ich, kein RNG gibt. Ja, er ist gleich gezogen mit mir, eiskalt. Nice. Oh, schwarz. Hä? Hab ich dann einer weggestoßen? Ja, ich. Wahrscheinlich. Wie? Warte mal, irgendwie geht das grad nicht mehr. Ich bin nicht mehr voll gegessen, das funktioniert nicht mehr. Warum nicht? Ich komm nicht rüber, Mann. Ich komm nicht rüber, Mann. Ich komm nicht rüber. Ich komm nicht rüber. Oh, was? Oh, was? Digga, was? Ich bin jetzt schon sechs strokes, by the way. Was, sechs? Echt jetzt? Komm? Nein. Ich wurde die ganze Zeit weg gestoßen. Ach, ihr seid jetzt alles schon durch. Fuck. Ich dachte, Johnny... Nein, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich bin direkt in der Mitte. Sehr schön. Oh, das ist geil. Hey, Leute. Moin. Oh! Hey, Johnny, bist du drin, ne? Weißt du, es ist so unfair, ne? Ich krieg die ganze Zeit... Ich hab... Ey, Junge. Irgendwie... Ich weiß nicht, vielleicht ist hier doch irgendwie... Nice. Ich ja. Sonst mach ich immer Vollgas am Anfang. 58, Mann. Mit Dings gleich gezogen. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Ja, was denn? Halt mal. Sonst mach ich immer Vollgas am Anfang bei diesem Laufband hier, ne? Diesmal bin ich einfach immer rübergeflug und runtergefallen. Und durfte nur die Hälfte der Kraft benutzen. Das ist so dumm. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Dicker. Oh, und... Oasis. Und... Start. So, diesmal bin ich besser, Mann. Machst du jetzt nen Cut und ne neue Folge was? Hallo? Nein, 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 sieben Minuten reichen nicht. Wir sind extrem schnell durchgegangen. Wir sind auch krass. Oh. Ja, okay. Hi, Lennox. Ey, wehe! Halt mal ab da jetzt. Halt mal ab da jetzt. Ich kann grad nicht spielen. Halt mal ab da. Ich muss da jetzt eigentlich hierbleiben. Ich will da durch. Schieß, Marvin. Schieß, bitte. Johnny, ein wahrer Profi kann auch so. Hat Johnny ihn grad hochgekickt? Ne. Piss dich, Johnny. Da piss dich, oder? Johnny, da hättest du hinterherballern müssen und sich dann an ihm bremsen. Halt mal ab. Ja. Okay, ich hab hier fünf Strokes. Ich sollte vielleicht in die Fresse nicht hören, was weiß ich. Weiß deine Fresse nicht so weit auf. Oh, fuck, Jungs. Fünf, Alter, richtig kacke. Oh, fuck. Oh, shit. So, wie schießt ihr ja immer, dass ihr immer frisst vor allem? Es geht mir immer so auf die Eier, ne? Oh, shit, das war wieder Cake. Jetzt hab ich auch mal die Cake gemacht. Oh, der ist gut fürs... Ja, kacke, Mann. Ich weiß nicht, wie ich das mach. Ich mach so wie immer anders, aber es klappt einfach immer. Ja, ist echt so. Ich geh da circa... Warum geht das zum Kacke? Ich, ich... Physikalisch unrealistisch. Ich schluss ihn in die Richtung ab und er geht wieder zurück, Digga. Was denkt er sich denn nochmal? Was denkt er sich denn nochmal? Was denkt er sich denn nochmal? Einfach richtig rausrasten schon wieder. Ey, Lennox, hi, wie geht's dir? Was? Du musst mich hin? Wie geht's versucht, Leute? Oder ich... Ich bin immer so ernstig, wenn ich ausrasse, hätte ich immer so kleine Huhn zu dir. Ich bin da... Ich bin schon rüber geflogen, ne? Ja, ist er. 2,2. Was sieht denn so aus? So ein Spill, Alter. Oh, Spaß, ne? Ja, wir können das ja verstehen, wenn du ein bisschen aggressiv bist, Mann. Halt dein Maul. Halt dein Maul, Junge. Hey, Lennox ist das krass. Rennox ist das krass, Scheiße, Alter. Ne, ich ziehe dich ab, Alter, Mann. Also Spaß hier. Wie viel Kraft benutzt du eigentlich, um direkt reinzukommen? Ja, ich weiß es, deswegen komm jetzt direkt rein. Scheiße! Was mache ich? Warum... schon wieder runter, Leute? Ich weiß es. Scheiße. Ich mach her. Scheiße. Hammer hier. Na, war pistich, Johnny, wie ich das sehe. Jetzt könnt ihr erst so schön an eure Strokes verwenden, um nicht reinzukommen. Na, Johnny denn? Ja, wo ist es? Ja, wo ist der? 2. Der hat es geschafft? Du ein Stück Scheiße, Alter. Wo ist der sie wichtig? Der ist ja letztendlich. ich habe leider den ersten extrem gut so hier brauchst du 1,5 das 1,2 habe ich gebraucht um von direkter vorweg zu kommen ich dachte ich bin mal nett ich habe ich langsam jetzt was gemerkt glaube ich so scheiße ein bisschen kamer mäßig sagt muss gar nicht reingeflogen als ob johnny ich wollte ich auch weg du nimmst jetzt so viel power bis zum rand von zum inneren rand der des ersten balkens das wird nicht ich habe leider die fahne geflogen man ja es geht ich bin ich bin dann möchte nämlich direkt im loch gelandet denn ein bisschen weniger dann landest du direkt im loch doch nicht kannst du die sagen kommen auf die positionen und kirsten wenn ich genauso steht wie du für das funktionieren ja ich habe mir das doch gerade erklärt und ist er gegen die fahne ist natürlich genau in der gleichen position wie du ja ich habe mir auch schon weniger power gegeben als ich gesagt habe also als ich genommen habe die überm 11 der maß jetzt ne das klar lol 28 gegen wen machst du shit so du müsst den trick machen johnny vergiss den trick der trick ist scheiße der trick frisst scheiße der fütten den michael das trick wurde echt genervt der gegen einen der wurde genervt ich bin es falsch ja marvel komm ich drive dir hinterher ich drive dir hinterher mann in drei mann das ist so lächerlich ich hätte so weg ziehen müssen vor euch es wäre so wie ist johnny denn mann ey wo ist johnny das gute ist johnny war der der am dichtesten hinter mir war ne ich bin so scheiße in der runde hier ich bin so scheiße in der runde hier oh oh das war close das wäre so schön gewesen das wäre echt zu schön gewesen wenn der das ding geblieben wäre okay Marvin opferst du dich dafür dass du immer kersten weg schießt damit er nicht gewinnt das wäre jetzt wunderschön das ist ein teil das kann ich überhaupt nicht ne nein was jetzt suchen wieder auf nein ich wollte johnny weg schießen alter jetzt machen wir ein bisschen power hier obwohl es ging nicht ich habe halt immer das pech damit habe ich ihn quasi schon wieder ach ne einer fehlt noch ja ich habe 36 ich bin halt an der kante nochmal aufgeditcht ja jedes mal diese map ist so kacke die map magst du weg essen na so sieht es aus nein was wollen wir dann nein was dann geh ich weg nee johnny kick mal kersten weg wenn er reinkommt ach du bist auch nicht mehr da schade kersten kickt mich schon selber weg das ist in Ordnung ich habe fast ein hole in one gemacht ne fast und dann ist er wieder rausgesprungen in einen kreis zu weit fast fast ja war ein bisschen ärgerlich oh das war richtig dumm von mir wie springt man nochmal das geht nur wenn du es an machst und dann ist es links ich habe es hier gemacht ich glaube ich ich glaube ich habe es hier er hast du nicht johnny habe ich eine kollision johnny na leonard nein ich wollte ihn auch in den rand wegkicken das hätte er so geklappt du kannst gar nichts ja halt die schnauze halt einfach die schnauze ja hat johnny ich habe den gleichen fehler noch mal gemacht das war's nein jetzt schmied ich nur darauf kersten zu zeigen digga was nein jetzt ist es mir wirklich egal also jetzt no regrets man nein schon wieder das gleiche man no regrets und ich bin wieder unten diese map ist nein doch ey bleib stehen bleib stehen digga meh das reicht nicht ich wollte hier gleich richtig hoffen dann will sich keiner mehr das video angucken kersten dann mute ich dich du schaffst das schon lennart hau ihn weg mal hau ihn weg komm jawoll Leute was hey weißt du warst da drinnen so kommt das so kommt das so kommt das mal hau 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 das ist einfach nicht weggehauen worden ja ist nicht so wieso bist du jetzt nicht weggehauen worden ich bin doch durch die durchgefahren ja ist mir das egal oder was oh das spiel ist ja die beschissen oh man alter oh das spiel ist so beschissen man ey das kann doch ein dreijähriger besser programmieren man ja das ist ja auch noch early early access early access oh das spiel ist ja richtig drastisch oh komm ist mir egal alter komm wir mal ein trickshot hier ja komm geil also da zwölf punkte zu nehmen da halt lieber 14 ey das ist mir egal ich für oder es gäbe du kannst dich nirgendwo mal schicken ich hab einfach 50 du dumme gingerfrisse ne jetzt kommt your pants alter jetzt kann der mich mal ne dumme junge ne rumbauern oder was kämpfst du ich kann es nicht ich kann nicht sprechen ich bin rausgesprungen ich bin rausgesprungen hä soll ich verarschen alter kann man in 2 ich glaub man kann einen nur wegkippen wenn er steht ne ich hab wenn er sich bewegt und denkt sich das spiel so ne bin ich zu wohl einfach klick klick jetzt bringt er nicht zu spät gewesen du bist nicht gerade um da raus zu kommen ich kann das auch nicht hören ich bin noch nie äh oben auf der brücke gekommen ich bin immer direkt rein du bist behindert wie ein Stück scheiße das alles ne jetzt einfach nicht so aggressive hier hat der maul jetzt ohne witz man das spiel gedacht aber also keine mit keine friends mehr war einfach zu hoch alter ja sieben alter golf with keine friends alter hat das wohl keiner gesagt golf with keine friends oh was dummes stück scheiß vom was willst du mich ficken willst du mich ficken oder was hey johnny 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 ich wollte wegstoßen jetzt hab ich ne richtig dumme position finde ich ihr seid so kacke alle nein hä, johnny wieso kann ich jetzt hier wegstoßen oder witzes was länder aber ich hab sie drangerammt wieso geht das nicht nein ich sag mal ein bisschen early access hier als spiel wäre das gefühl ne das ist early early access early early das ist immer noch lustig das ist so lächerlich jungs wieder ein stück gescheiß so kerstin du machst jetzt bitte mal her komm kerstin ey das kann nicht wahr sein oh kerstin kerstin ja ein bisschen gut her wollen es kann nicht wahr sein und dann achi 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 oh komm kerstin was jawoll jawoll du musst das kerstin kerstin jetzt werden wir allen zeigen wo deine 12 punkte her kommen ich bin ja nicht in der schule ich bin ja nicht in der schule ich bin ja nicht in der schule oh A12 hab ich ja gesagt mann das kann nicht wahr sein mann ey jetzt hab ich johnny wieder ran gelassen weil ich nein ich hätte so weg bleiben können von ihm hat mich nicht abgehängt oder haben sie nur Pisse krass er ist zugegangen er ist zugegangen für mich gut wir rauen dich nicht mehr durch wo sind wir hier bitte stoß mich jetzt nicht an okay nein ey wie stark muss ich das denn machen nein wie soll denn das gehen wie soll denn das wieder bei der position du gibst jetzt zweieinhalb 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 und wie fast gegeben so zwei war nicht genug zwei zweieinhalb warum kann man nicht mehr ich verstehe das regewechselt das habe ich ja eben offensiv versucht ich kann das nicht also irgendwie hat sie das rahmen verabschied jetzt ich geh nicht von dir schon jemand jawohl ihr seid so geil ihr seid so geil ganz ruhig bitte jetzt mal ruhig jetzt hat das rum hat das rahmen auf dieser auch nicht funktioniert warte ey ich hab's drauf ich spiel heute bald nicht mehr mit euch das geht so ne weile wie ey müsste doch wissen ob wir schon mal angerammt wurden ok kersten nochmal wenn du zum Beispiel reden deswegen ist das egal wie ich höre das aber was was digger was nein mann zu hoch ich glaube wie na hallo leonard ich glaube komischen ist aber wieder rausgegeben nach der v ist drin oh das war doch ich glaube schon aber da hat irgendwie keiner denken wenn du immer nur so beschwerden von nein 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 scheiße hallo johnny kersten wie kacke bist du du warst doch eben schon drin ja ich weiß nicht ja ich weiß nicht genau so oh fuck man also ich hab 81 schläge ich sollte eigentlich nichts sagen alter oh ne nein nein fuck ja am arsch ja wie mach ich das denn jetzt alter oh easy das raum geht aber trotzdem nicht mehr finde ich schade ja vielleicht ist das ausgesehen nach der v-snap ne irgendwie nicht ich hab dich da dran hallo nach der v-snap wohl ist das vielleicht zurückgesetzt die einstellung ja das kann ja sein ich weiß es nicht hat er einen anderen kontrolliert logisch das könnte sein oh fast das was ist los ne ich auch nicht nachdem du so zurück ja ja das sollte natürlich sein ja wie viel power nehmt ihr da volle power ne nur halbe ich nehme voll ich komme nicht mal voller brauche zu verarschen mhm ich hab heute vorgegeben ich hab hihihi schon hier halt joni du kannst so wenig du kannst echt so wenig alter warum hab ich denn 81 schläge wenn du so wenig kannst alter verstehs einfach nicht oh buschi ich komm mal wer jetzt erster ist du bist vor mir aber ganz knapp aber ganz knapp weil ich diese eine runde so hart hart pech hatte weil ich habe eine runde verschenkt das solltest du nie vergessen komm jaaaa ahuga 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 leute oh fuck digga was ein fehl nämlich was was ja 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 nein nein mir ist das egal ich habe eh verloren ich halte mal ein bisschen drauf hier ja aber leider kannst du es nicht an wenn du nicht so spass gehabt das ist leider ich komme jetzt auch egal nein kerstin erzählen sie doch mal was von seiner letzten party story jetzt war das letzte mal war tanzen im mai junge achso ja den hat er gesprobt den hat er gesprobt den hat er gesprobt geht eigentlich jemals jemand links ran leh was ja ich geht ja ok oh fuck hast du das gesehen der reflektionswickel man was der reflektions ficke ja der ficke der reflektions ficke die reflektions ficke die reflektions liegen bleiben liegen bleiben liegen bleiben stop 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 nein bestes lied von haftbefehl alter 8 lange reflektions 8 kritik in vier mal in vier zu einem direkt reingegangen du denkst du kannst uns sehen doch wir sind wie Aslac reflektions Aslac reflektions was in wüsten gibt was in wüsten gibt alter Pata Morgana Pata Morgana du denkst du kannst uns sehen wir sind wie Pata Morgana der fiel auslac reflektions wie Aslac reflektions Aslac reflektions Aslac reflektions Aslac reflektions RAN so Leute dachte ich mich beruhigt habe nach dieser Runde ich das spöre eigentlich Goals auf keine Friends ja so damit hat der Lennarck leider unverdient gewonnen obwohl ich gescreent habe habe ich gewonnen heute also aber gut gönnen wir ihm mal den kleinen Sieg scheißspiel ganz schwache Leistung ganz schwache Leistung und deswegen wir spielen das nicht mehr mit ihm und damit verabschieden wir uns meine Buschis die 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 Vielen Dank.